Musik Also wenn ich mal ausscheide, dann wird es wahrscheinlich den Ruf nach einer Männerquote geben bei Hausmann, weil alle anderen Führungspositionen von Frauen besetzt sind. Das sind die eigenen Töchter, die im Betrieb sind. Das sind unsere heutige Geschäftsführerin, die als Frau eine Führungsposition hat. Und wenn ich mir die nachfolgenden Mitarbeiter ansehe, die zukünftig mal bei Hausmann ganz oben stehen werden, dann sehe ich mehr Frauen als Männer. Also für Hausmann selber sage ich, ist das überhaupt gar kein Thema. Generell würde ich mir mehr wünschen, dass Frauen in Führungspositionen sind, aber einfach durch ihre Art und durch ihre Leistung und durch ein Umdenken in der Organisation und nicht, weil der Gesetzgeber aus irgendwelchen Gründen eine Frauenquote vorschreibt. Ohnehin ist meine persönliche Meinung, werden viele Frauen zukünftig Männer überholen und einfach automatisch aufgrund ihrer Ausbildung, aufgrund ihres sozialen Wesens Führungspositionen besetzen. Unabhängig davon, es soll immer der oder die Beste oben stehen. Und das muss für das Unternehmen wichtig sein. Wenn es ein Mann ist, ist es gut. Und wenn es eine Frau ist, ist es genauso gut. Also per Quote nicht, sondern per Qualität und Leistung. Was denken Sie denn, warum so wenige Frauen in Führungspositionen sind, auch in der Immobilienwirtschaft? Ich kann nicht in die einzelnen Betriebe hineingehen. Ich kann nur Unternehmern raten, in einem fairen Wettbewerb denjenigen an die Spitze zu stellen, der dafür am befähigendsten ist, der vom Team akzeptiert wird. Und das ist für mich das Wichtigste. Welches Geschlecht oben letztendlich ein Unternehmen führt, ist sekundär. Viel wichtiger ist, dass die Akzeptanz da ist, dass das Team erkennt, da oben steht der Beste oder die Beste, die uns als Team auch führt. Dafür, dahin müssen wir kommen. Also vor oben müssen die stehen, die einfach die Qualität haben und wo man die Qualität akzeptiert und sie dadurch eben in Führungspositionen bringt. Egal ob Mann oder Frau. Was müssen Sie sich denn dann noch verändern? Sie sprachen vorhin ja, Ihr Unternehmen stellt sich auch auf soziale Belange ein, macht alles möglich. Führen Sie darauf auch Ihre hohe Frauenquote zurück, wenn man das so sagen darf? Nein, nein, ich denke es ist im Kopf, es ist der Kopf eines Unternehmens und deshalb ist es schwierig in einem Konzern so etwas durchzubekommen, weil ich glaube von oben herab muss dies vorgelebt werden, es muss kommuniziert werden, es muss einfach auch bei den Mitarbeitern oder bei den Frauen das Gefühl entstehen, ich bin nicht, und deshalb sagte ich, ich bin gegen die Quote, ich bin nicht dank Quote oben in einem Führungsgremium. Die Männer klopfen sich auf die Schultern, wir sind acht und haben acht Leute im Vorstand und haben zwei Frauen und sagen, 25 Prozent haben wir schon. Das ist nicht das, das kann nicht gewollt sein. Gewollt muss sein, dass man wirklich sagt, ein Wettbewerb und wer diesem Wettbewerb nicht standhält, ja der scheidet aus und dann geht es. Aber dieser Wettbewerb muss zugelassen werden, der muss auch von oben heraus aus der Firmenkultur zugelassen werden. Ich kann keine Kraft, Protektion nach oben bringen. Das ist eigentlich die mindere Qualität. Und wir haben immer noch in vielen Unternehmen, und da stehe ich immer wieder fest, man hat die richtigen Verbindungen, man hat die richtige Ansprache, man ist rund, glatt, pflegeleicht und schon gehen die Bewertungen so, dass man immer höher streicht, fast automatisch. Und wo wird bewertet, wo ist jemand autark, wo ist jemand, wo ist er als Persönlichkeit da? Also mir sind sehr viele Führungspositionen zugleich besetzt, weil man einfach ein Muster gebildet hat, wie Führung heute aussehen muss. Und diejenigen, die von der Norm abweichen, die haben schon überhaupt gar keine Chance, höher zu kommen, weil sie vorher entweder geschliffen werden, dass sie der Norm entsprechen, oder aber ausgegrenzt werden und dann gar keine Aufstiegschancen haben. Persönlichkeiten sind gefragt. Und Persönlichkeiten in Führungspositionen heißt auch, dass sie polarisieren müssen, können. Und das sind wichtige Dinge. Und da, glaube ich, gibt es noch Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wobei meine Beobachtungen dahingehend, dass ich sage, jeder versucht sich so anzupassen, dass er möglichst schlank und schnell oben kommt. Und dadurch haben wir auch nicht, möglicherweise, in dem einen oder anderen Fall, nicht den Besten oben, sondern dem, der am glattesten, schlankesten und angepassten, der Unternehmensleitung oder den Entscheidern gefällt. Also im Moment sehe ich noch kein großes Umdenken. Ich denke, es ist alles noch nicht so dramatisch, dass man Paradigmen verändert. Ich meine, diese Ideen und das Wünschen nach Persönlichkeiten, das Wünschen nach Charakteren, das Wünschen nach Typen, wobei ich Typsätze für Mann und Frau, das ist mehr vorhanden in der Bevölkerung, in der Kundschaft, in den Teams. Teams wollen Typen oben haben, wenn die das Team verstehen. Das ist gefordert. Nur die Entscheide, und das ist ja sehr oft das Kapital, die sehen das möglicherweise noch anders. Das sind andere Kriterien. Aber auch hier vertraue ich voll dem Markt. Das, was mal gesagt wurde vor vielen Jahren, was schon bald ein Kultspruch ist, die nicht die Großen werden die Kleinen schlagen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Dieses werden wir im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter in den kommenden Jahren mehr denn je feststellen. Es werden aber wieder die mittelständischen Unternehmen, die kleinen Unternehmen sein, die einfach zwangsläufig einen anderen Weg gehen müssen, um sich wieder Typen reinzuholen, die auch möglicherweise ein Unternehmen weiterführen, was vorher patriarchisch, mittelständisch aufgebaut wurde, was jetzt an eine neue Generation übergeht. Also ich glaube, ich sehe noch keine Anzeichen, dass es bei den Konzernen auf breiter Basis funktioniert. Ich sehe aber durchaus Anzeichen in mittelständischen Unternehmern, bei mittelständischen Unternehmern, die sich darüber Gedanken machen. Aber die Änderung, wenn ich jetzt für mich als mittelständischer Unternehmer spreche, muss bei mir passieren. Erst wenn ich bereit bin, wenn ein mittelständischer Unternehmer bereit ist, diese Typen, diese Persönlichkeiten zuzulassen, neben sich, ihm Freiräume zu geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, deren Potenziale herauszukitzeln und Stärken zu stärken, möglicherweise in einem fließenden dynamischen Prozess, wo so jemand irgendwann die mittelständischen Unternehmer überholt. Das ist eigentlich der richtige Weg. Die einen werden schaffen und die anderen werden untergehen.